Und halt neunzen zu diesem Dreierpack im Podcast-Format. Wir quatschen nochmal kurz so Stichpunkte-Format-mäßig über das Frankfurt-Spiel-Pokal am Mittwochabend. Dann ein kleiner, aber feiner Vorbericht für das Hertha-Spiel morgen und auch die Bundesliga-Tipps. Und ich nehme es hier natürlich gerade in der Halbzeitpause der zwei diesmal, der zwei Freitagabendspiele auf. Aber logischerweise auch für Kicktippe und so weiter. Die Tipps habe ich natürlich auch schon davor abgegeben und kann mich nicht mehr in den Tipps beeinflussen lassen davon, wie es gerade zur Halbzeit steht. Wir fangen an mit den Stichpunkten mit Stuttgart-Frankfurt 2 zu 3. Das Spiel Nummer 1. Ich habe hier ein, zwei Tweets wieder rausgesucht. Einer schreibt es hier, wir können stolz sein. Wir können stolz sein auf diese Jungs. Bisschen weiter ein Abstiegskandidat, Abstiegskampf pur. Frankfurt ist immer noch ein anderes Level, individuell auch ein anderes Level. Wir waren in keinster Weise schlechter als die. Das war ein 50-50-Spiel vor dem Spiel und es war auch nach dem Spiel ein 50-50-Spiel. Sogar drei Torschüsse mehr. Oder wenn wir den Elfmeter mal raus sind bei Frankfurt, sind es sogar vier Torschüsse mehr. Von dem her können wir sehr zufrieden sein. Die erste Halbzeit war auch richtig stark. Du hast halt das Spiel leider aus der Hand gegeben, in denen du halt, wie wir es auch ständig tun, zwischen der 45. und der 60. ein bisschen pennende Tore kassieren. Ich glaube, die Mannschaft, die in der Bundesliga die meisten Gegentore kassiert, genau in dieser Phase, 45. bis 60. Das muss einfach nicht sein, aber das passiert vielleicht auch mal so in der Jugendmannschaft. Und wie ich auch schon im Fazit gesagt habe nach dem Vlog, deswegen halte ich mich hier auch deutlich kürzer zum Spiel, ist halt eben Frankfurt nochmal ein anderes Niveau, eine andere Qualität. Letztes Jahr Europa-League-Finale, die spielen generell viel und oft im Pokal. Die sind einfach abgewichster als wir dann auch am Ende des Tages. Und haben eben das Glück auf ihrer Seite gehabt. Es ist ein absolutes 50-50-Spiel gewesen. Hat nicht die Verlängerung gehen können. Dann wäre es auch 50-50 weiterhin gewesen. Also von dem her. Und wie wir auch schon mal besprochen hatten, vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, ich will weiterhin nicht in die Relegation. Aber Relegation und Pokalfinale wäre schon ein ziemlicher Abfuck gewesen. Mit Hinspiel. Dann hast du ein Pokalfinale, dann spielst du Rückspiel. Also sollten wir, worauf ich nicht tippe, was ich auch nicht hoffe, aber sollten wir doch noch Relegation spielen müssen, ist es auf jeden Fall schon mal besser, glaube ich, dass wir dazwischen kein Pokalfinale haben. Und da fängt man so ein bisschen auf ganz doof noch was Schönes rausnehmen zu wollen aus dem Ausscheiden. Starke Einwechslungen muss ich auch hier kurz mit reinnehmen. Hat hier einer rausgearbeitet auf Twitter. Mio und Girasi gegen Nürnberg. Silas und Koulibaly gegen Dortmund. Silas gegen Augsburg. Tomasch gegen Gladbach. Und gestern wieder Mio. Hoeneß kann einwechseln. Hoeneß kann einwechseln und er muss halt nicht mal alles auswählen. Also ich kann mir immer noch, oder alles auswechseln, alles an Kontingent nutzen, was wir haben auf der Bank. Ich kann mich an Zeiten erinnern von Labbadia, wo wir teilweise in der 60. einen Viererwechsel gemacht haben. Der hat ja quasi das Gefühl jedes Mal die ganzen fünf Wechsel genommen. Jetzt haben wir hier drei Wechsel gegen Nürnberg, drei gegen Dortmund, drei gegen Augsburg, drei gegen Gladbach, vier gegen Bochum, vier gegen Frankfurt. Nie fünf. Nie. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Zeichen. Und die haben immer Wirkung seiner Einwechslung. Und das ist auch sehr, sehr gut. Und natürlich müssen wir auch noch kurz drauf kommen, auf die Hand-Elfmeter-Szene. Weil da oder viele Gerichte und viele Geschichten da, dass Schlager nicht alle Bilder bekommen hätte auf dem VAR und da wieder was schief gelaufen ist. Das habe ich mich nicht näher reingelesen, aber würde ja auch keinen mehr wundern. Ich muss auch vorab sagen, dass ich es erstmal gut und stark fand, wie es die Schlager nach geäußert hat. Also von Grundsatz her verstehe ich die Entscheidung zu 100 Prozent so. Mein Hauptproblem ist eben, und das ist auch der Hauptpunkt bei dieser Geschichte hier, hätten wir ein System in Sachen Handregel oder generell Regelwerk, das funktioniert, das einheitlich durchgezogen wird. Und hätten wir Schiedsrichter, die eben das Ding auch einheitlich durchziehen und VAR-Entscheidungen, die einheitlich sind und sich nicht unterscheiden und nicht oft einfach nach kompletter Willkür und Tageslust aussehen, dann hört sich, glaube ich, jeder die Entscheidung von ihm an, vom Schiri, die paar Sätze und sagt, yo, passt, ist okay, mach mal weiter. Weil es stimmt ja, Absichten, so Geschichten, was er alles angesprochen hat, kein richtiger Blick zum Ball, Gerasi noch dabei und so Geschichten, keine normale Zweikampfbewegung, Hand nicht irgendwie absichtlich hin, ist ja alles in Ordnung. Problem ist halt in dem Fall wieder, und das haben sie sich einfach auch selber zu verschulden, jetzt nicht die einzelnen Schiris für die einzelnen Spiele immer, aber das gesamte System dahinter. Aber gäbe es diese Fehler nicht und könnte man nicht wirklich bei jeder Scheiße, wie auch eben bei der Szene, sagen können, den hat man schon mal gepfiffen, dann wäre hier kein Problem. Aber man kann das eben sagen. Also es gibt für mich weiterhin absolut Grundlage, ihn zu pfeifen. Er bekommt ihn an die Hand, das ist komplett unstrittig, er bekommt ihn dahin. Auch das Thema Absicht, auch wenn es hervorgehoben wurde, weil es soll ja scheinbar auch ein Grundsatz sein für die Regel, aber auch das ist mir egal, weil so oft wie Sachen gepfiffen wurden, wo ja absolut gar keine Absicht dahinter ist. Und auch wieder Regelwerk, auch das Thema Regelwerk, wie gesagt, auch das ist mir wirklich in der Diskussion egal geworden, weil es nicht konstant ist. Und dann ist es halt einfach schade, dass man in so einer Szene halt dann quasi halt nicht, ich sag mal, befürwortet wurde diesmal im System, sag ich mal. Und als war auf BFN, hast du immer so ein bisschen noch das Gefühl, dass hier generell das System dahinter ist und wir nicht wirklich eine Schiedsrichter-Lobby haben. Auch interessant, Tuta war das ja, glaube ich, weil auch viele gesagt haben, ja gut, danach 10 gegen 11 in der Verlängerung auch scheiße, aber ich glaube, der war ja oft gelb, ne? Ja, habe ich ein paar Mal gelesen, das heißt, dann wäre es vermutlich auch 10 gegen 10 gewesen, weil dann kriegt er wahrscheinlich noch gelb-rot bei der Szene beim Elfmeter. Ja, schwierige Geschichte, schwierige Geschichte, für mich ist es okay, dass er ihn nicht pfeift, er hätte ihn pfeifen können. Fand auch die Aussage von Hoeneß auf der PK sehr, sehr ordentlich, von wegen, also sehr neutral, einfach auch sehr, ja einfach mit Klasse, einfach gesagt, yo, natürlich sind wir nicht zufrieden damit, unglücklich gelaufen, aber es sich jetzt nicht groß aufregt, aber es klang schon raus, dass man sich den schon gewünscht hätte. Klasse hat auch gesagt, das waren wir mal auf der glücklicheren Seite, kann auch jeder Verein sagen, ne? Wir hatten, dass wir auch schon Entscheidungen gegen einen hatten und so Geschichten und hat gesagt, auf der glücklicheren Seite als auch er hatte er wahrscheinlich schon die Gedanken, oh, hätte man schon pfeifen können, ist halt so ein absolutes 50-50-Ding, sehr unglücklich. Und was gerade jetzt noch kam, dann auch wieder Aussagen von Schlager, was mir halt nicht passt und was auch auf der PK dann angesprochen wurde von Hoeneß, auf die Frage, was er so zur Szene gesagt bekommen hat vom Schiri, auch der Klasner war dabei, als es erklärt wurde, dass er halt gesagt hat, so solle ein Spiel nicht entschieden werden, das sei für den Fußball nicht richtig. So wurde es beschrieben und das ist halt das Problem, wie es auch hier, ich glaube, SCN war es in dem Artikel, beschreibt mit anderen Worten, bei einem anderen Spielstand in einem unwichtigeren Spiel und nicht in der Nachspielzeit hätte er es womöglich anders entschieden. Und das ist halt das Problem und so darfst du auch keine Entscheidung entfällen, ne? Das muss losgelöst von Spielminute oder von Begeutung des Spiels sein. Die Aussage ist halt ganz, ganz großer Quatsch und gibt wieder Throwbacks und auch zu dieser Stegemann-Aussage, nach dem Dortmund-Spiel, wo es ja auch ein kompletter Skandal war, weil da hat er sich das nicht mal angeschaut. Ich fand auch hier, der Ablauf war genauso, wie es sein muss. Ans Ohr überlegen, sich unsicher sein, rausgehen, lange gucken und dann entscheiden. Alles gut, genau so, da hast du auch nichts Großes zu meckern, weil sie haben an und für sich alles getan, was man so machen kann im Regelwerk. Wir können halt nur meckern und sagen, ey, kann man schon mal pfeifen, das Ding, ne? Aber Stegemann ist ja damals gar nicht raus bei der Dortmund-Szene, bei Bochum-Dorpen. Danach hat er ja auch gesagt, hätten die Dortmunder noch ein bisschen mehr reklamiert, wäre ich vielleicht raus. Und so Sätze, die kannst du dir als Schiri vielleicht denken, aber die kannst du nicht rausposauen. So Sätze kannst du nicht bringen. Die Sätze machen dich wieder komplett lächerlich. Die binden wieder jeden Bären auf. Das geht überhaupt nicht durch die Sätze. Und auch hier, also nach dem Motto, so will ich ein Spiel nicht entscheiden, nach dem Motto, so eine Szene will ich nicht als Erdmeter pfeifen in der Situation, er hätte sie dann in der Zwölf-Bilute gepfiffen oder was. Das ist halt eine absolute Quatschaussage, aber wir kommen jetzt zu positiveren Sachen, nämlich Atmosphäre. Auch hier ein paar Tweets rausgeholt. Unabhängig vom Ergebnis schreibt hier einer, so müssen solche Spiele sein, solche Vereine, solche Fanlager, so eine Atmosphäre, stimme ich komplett mit zu. Hier auch der Felix Arnold von der Bild hat geschrieben, ich bin seit fast zwei Jahren jetzt Bild-Reporter beim VfB-Bereich und habe die Arena noch nie so erlebt wie in dieser ersten Halbzeit. Er hat auch gesagt, Köln, klar, war auch krank, aber eben gerade erst gegen Ende und rund um dieses Legende-Tor gegen Frankfurt war wirklich Betrieb, Betrieb, Betrieb. Die standen, das gesamte Stadion stand von Minute 1 an. Das war wirklich extrem krass. Das war richtig, richtig krass. Und auch hier, schöner Tweet, so nehme ich das Spiel auch raus. Trotz der Niederlage war es irgendwie geiler Scheiß, so einen Pokal-Halbfinale daheim zu erleben. Und da gehe ich halt auch vollkommen mit. Das war brutal geil. Natürlich auch hier ziehe ich die große Hoffnung, dass das auch... Also, es kann ich schon mal vorab nehmen, es wird in dem Pensum, es ist ein Pokal-Halbfinale, alle waren komplett auf Spannung. Alle standen, das wird gegen Leverkusen nicht passieren. Gegen Hoffenheim vielleicht noch einen Tacken eher, wenn es nochmal um alles geht. Letzter Spieltag und so, wie auch Köln der Vergleich, ne. Aber das muss jetzt auch natürlich weiter in die Messlatte sein, so eine dermaßen kranke Stimmung hier abzuliefern. So kommen wir später im Hertha-Vorbericht noch dazu, dass natürlich auch in Berlin wieder richtig geil sein wird. Und auch hier hat einer geschrieben, ne. VfB-Fans sind nicht sehr anspruchsvoll, verzeihen Fehler und geben 95 Minuten Vollgas, wenn da eine Mannschaft spielt, die brennt. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was los wäre, wenn wir mal halbwegs Erfolg hätten. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, dem ich absolut zustimmen kann. Also das ist, wenn sowas im Abschiedskampf abgeht, dann heilige Scheiße. Was würde hier abgehen, wenn wir wieder ein bisschen erfolgreicher wären? Und das habe ich auch gefunden. Das Video ist auch natürlich, wie alles, im Sammlung unten verlinkt. Vom Twitter-User ein Zusammenschnitt von dem TV-Bild. Sportschau, ARD, was da lief. Gänsehaut, Atmosphäre, schreibt da. Das sind, glaube ich, so grob zwei Minuten. Also, wie es da im TV-Bild scheppert, habe ich so lange nicht mehr erlebt. Mein VfB, glaube ich, auch so noch nie richtig erlebt, rein nach TV-Bild zu äußern, ne. Was da für eine Stimmung war, also diese zwei Minuten warst du nonstop lauter als der Kommentator. Das war ja unfassbar. Und was wir jetzt auch seit ein paar Spielen haben, dieses Forza VfB, was wir ständig haben, das hat eine Peitschwirkung, das ist unglaublich, das peitscht so dermaßen nach vorne. Also, das nochmal rauszunehmen, das war ein unfassbarer Pokalabend, was das angeht. Starke Zeichen, kommen wir hier noch dazu, weil wir hatten es hier danach auch im Vlog angesprochen, wo ein paar Frankfurter, ein paar jüngere Frankfurtspieler vor der Kurve rumgetanzt haben nach dem Sieg. Also, vor unserer Kurve sind provokant gewesen, sind auch direkt Frankfurter hin und haben sich quasi entschuldigt. Also, ich glaube, der Lenz war es zum Beispiel, Herr Sebel, glaube ich, auch. Zagadou kam direkt von uns, Gerasi, auch. Weil das geht einfach nicht, bleibt auch dabei. Aber zum Beispiel, Dina Mbimbe warst, hat sich direkt auch entschuldigt auf Instagram, dass es natürlich nie Intention war, irgendwie uns hier einfach den Respekt irgendwie wegzunehmen oder einfach ohne Respekt dazu handeln für unsere Kurve. Und dann ist damit auch gut, haben sich entschuldigt, nehmen es denen auch weitgehend ab, dass sie das natürlich in erster Linie nicht so wollten als Ding. So, das passiert vielleicht wegen Emotionen, war natürlich vor Ort komplett scheiße, aber haben sich entschuldigt, alles gut. Und auch hier, das fand ich ganz groß, man hat ja auch gesagt, das ist natürlich einfach so etwas zu machen, wenn du gewonnen hast, aber sowas musst du erst mal machen. Eintracht Frankfurt am Tag danach, haben sie geschrieben auf Twitter, Hut ab VfB, ihr habt ein fantastisches Spiel gezeigt und wart tolle Gastgeber für dieses spannende Tiefbibokal-Halbfinale. Wir drücken euch für den erfolgreichen Saisonentspruch die Daumen, ihr habt es euch verdient. Ganz, ganz große Klasse hier von Eintracht Frankfurt. Zeigt einfach auch mal, dass beide Klubs einfach geil sind, geile Traditionsvereine, Stimmung war bockstark, auch die Frankfurter geile Fans mitgebracht. Und auch hier nochmal die Ansage, bitte Frankfurt, schlagt Leipzig im Pokalfinale. Und dann machen wir weiter. Ja, noch ein letztes Ding, bleibt mal so ein bisschen auf der Spur, nämlich auch hier pure Klasse, habe ich es mal genannt. Einfach, um nochmal hier auch Hoeneß anzusprechen. Und noch kurz natürlich auch Glasner, weil vorhin angesprochen, ich fand die PK wirklich bemerkenswert gut. Glasner auch einfach ein guter Typ, glaube ich. Und auch Hoeneß, muss ich hier einfach nochmal ganz klar ansprechen. Ich hatte ihn nie so groß auf dem Zettel, weil er hat schon Bundesliga trainiert, auch Bayern 2-3, aber halt vor allem, wo du nicht groß drauf guckst. Selbst wenn du Hoffenheim 2 Jahre Bundesliga trainiert, weiß ich trotzdem nicht, was ich mit Hoeneß anzufangen habe, weil ich Hoffenheim juckt mich einfach nicht. Deswegen ist das ein guter Trainerwechsel und so weiter, sportlich sowieso, läuft top, hat er einiges verbessert, die Mannschaft lebt wieder, alles sehr, sehr gut, aber auch menschlich ein geiler Typ, wirklich. Klar, PKs haben nicht die Riesenaussagekraft, aber trotzdem eine gewisse Wirkung, wie die Leute agieren, wie die Leute sich geben, wie die Leute sich artikulieren, wie sie sich ausdrücken. Ein ganz, ganz, ganz starker Trainer, glaube ich, auch ein sehr, sehr feiner Kerl, feine Persönlichkeit. Bin ich sehr, sehr glücklich damit, dass wir Sebastian Hoeneß aktuell bei uns als Trainer haben. Dann kommen wir zu Hertha gegen VfB zum Vorbericht und wie angekündigt, erster Unterpunkt, Auswärts-Support. Weil da haben sie schon geschrieben, der VfB hat alleine über seinen Auswärtsbereich 6.100 Karten verkauft. Sie schreiben in der Fan-Info auch, dass es eine Rekordanzahl ist in Berlin. Ich dachte eigentlich, dass der Auswärtsblock halt auch so grob die 10% halt hat, also irgendwie 7.000, 7.500 sind, aber der Auswärtsblock ist auf jeden Fall ausverkauft, das, was der VfB bekommen hat. Und haben sie geschrieben im Berliner Kurier auch, Stuttgart macht mobil, droht Hertha bis 10 Auswärtsspiel zu Hause. Wir haben diese Fan-Inversion geplant, aber natürlich haben wir gezeigt, dass der VfB seit Wochen ja immer auch das Banner hochhält. Gemeinsam Hertha bis Siegen. Und haben natürlich jetzt auch geschrieben hier, hatte ich so, auch gar nicht so groß auf dem Zettel, nach mir 6.100, ey, geile Zahl, passt schon mal. Letztes Jahr war ich ja auch in Berlin, da waren es, glaube ich, dreieinhalb oder so, vielleicht maximal vier. Weil auch die Anschlusszeit einfach maximal scheiße war mit 17.30 Sonntags. Aber sie schreiben, dass der VfB, also so hört man, haben sie geschrieben, so hört man beim VfB mit mindestens 10.000 Fans rechnen, weil natürlich viele auch neutrale Karten gekauft haben. Da ist ja immer recht einfach in Berlin über einen freien Verkauf an Karten zu kommen. Wir haben sehr, sehr viele Stuttgarter auch oben, viele Schwaben in Berlin oben, auch Fan-Clubs oben. Deswegen, das wird auch sehr, sehr krass. Das wird sehr, sehr krass in Berlin. Das wird ein geiler Rahmen. Hertha ja auch ordentlich ausverkauft, das Ding, oder sehr weit ausverkauft, das Ding. Bringt ja selbst auch starke Fans mit Hertha. Die sind immer so ein bisschen leider ein bisschen underrated und unter dem Radar wegen dem Stadion halt so. Aber grundsätzlich auch eine starke Fangruppierung. VfB wird da Vollgas geben, das wird richtig geil. Ich hoffe, es kommt am TV-Bild auch geil rüber, weil wir streamen morgen. Ich bin nicht in Berlin. Hatte ich ehrlich gesagt auch nie groß vor, nach Berlin zu fahren. Jetzt ist dann eh auch zu spät und muss auch eh arbeiten. Wisst ihr ja, dann direkt nach dem Spiel am Samstagmittag. Deswegen hoffe ich, dass da eine geile Atmosphäre über TV rauskommt. Wir streamen natürlich morgen dann so circa ab 15.15 Uhr das Spiel bei der Hertha. Und Hertha BSC direkt, ganz klar, kurz der Vereinscheck. Dazu natürlich gerne nochmal die Stream-Highlights reinziehen von Felicio. Auch natürlich unten im Sammel-Link mit drin, der Link. Dort aus dem Abend war ich bei ihm wirklich, ich glaube, zweieinhalb Stunden im Talk. War sehr, sehr geil, Felicio, guter Mann. Ich glaube, wirklich eine Stunde über Hertha VfB, nach noch anderthalb über Gott und die Welt, über Fußball, über alles. Deswegen da gerne die Stream-Highlights abchecken. Habe ich auch im Community-Tab, glaube ich, auch verlinkt gehabt zu unserem Talk, zu unseren Vorberichten. Auch seine Hertha-Mann natürlich vor unserem Spiel. Was man auch sagen muss bei der Hertha, die haben eine klare Ansage gedroppt. Oder zumindest da, da hat er gegen München einige rausgelassen, ein paar Stammspiele rausgelassen, damit die fit sind gegen uns und gegen uns halt dann Vollgas geben können. Und hat auch schon vor dem Bayern-Spiel gesagt, ja, danach sind es vier Spiele, vier Siege. Klar, die muss halt kommen, die Ansage, weil die hat das ja gerade abgeschlagen. 22 Punkte sind sechs Punkte hinter uns, also gerade sechs Punkte hinter Platz, also vor dem Spieltag sechs Punkte hinter Platz 15. Sieben Punkte kann man eigentlich auch sagen, weil wir das bessere Torverhältnis haben. Das heißt, sie müssen natürlich gegen uns gewinnen. Natürlich auch da eine ziemlich klare Ansage. Und Hertha gerade wirkt zumindest, Musik gegen uns war natürlich ein Riesenschritt für die und sehr wichtig. Und eigentlich, was heißt eigentlich, absolut Pflicht gegen uns zu Hause zu gewinnen, sonst sind die wirklich abgeschlagen. Aber die Hertha ist schon sehr hart. Die betteln natürlich auch schon seit Jahren darum, die betteln seit Jahren um den Abstieg. Das kennen wir ja auch vom VfB, kennen wir vom HSV, kennen wir von Schalke. Die betteln darum, irgendwann wird es passieren. Die Saison sieht schon sehr danach aus, dass es passieren könnte. Machen wir die Aufstellung. PK hatten wir heute, heute Morgen schon. Mafropalos fehlt, die Verletzung. Kleinen Einriss in einer Membran durch einen Schlag auf das Schienbein. Und da hieß es auch raus, dass er vermutlich gegen Leverkusen auch nicht spielen kann. Also natürlich sehr, sehr unpraktischer Ausfall. Anton hat ganz normal mittrainiert heute oder wird ganz normal mittrainiert. Haben heute. Hieß heute Morgen. Der weiß wirklich nur nochmal, die Magenprobleme nochmal aufkamen. Tomas hat auch signalisiert, dass er keine Probleme mehr hat. Das war ja die Hüfte, die er auch irgendwie ständig hat, die Problemchen in der Hüfte. Statt auf heute auch er zur Verfügung gegen die Hertha. Und natürlich gelb gesperrt Atakan Karasso im Mittelfeld. Gelbsperre. Und ja, den zu ersetzen ist natürlich die eine Aufgabe. Da wurde auch die Option genannt mit Haraguchi und Nikolas Nathai. Den habe ich auch genommen. Dann zweiteren, nämlich Nathai. Ganz simpel der Startelf-Tipp. Dadurch haben wir Bredlo hinten drin. Ito links. Sagadou in der Mitte. Rechts Anton. Davor dann Sosa, Wagnermann links rechts. Dann Nathai und Endo. Weil Haraguchi kannst du auch bringen. Erfahrung. Ex-Hertaner. Aber Nathai wäre noch ein bisschen der physischere für die Rolle. Und vorne drin dann Tomas Mio hinter Seru Girassi. Das war mein Startelf-Tipp für dieses Spiel morgen bei der Hertha. Wir machen die Prognose. Auch hier noch ein paar Tweets rausgesucht. Höndens hat gesagt, dass es natürlich unangenehm wird. Weil Hertha, wenn es irgendwo unangenehm sind, dann zu Hause natürlich. Wird ein hartes Stück Arbeit und Herausforderung, der wir gewachsen sein müssen. Ist auch ganz klar, was er auch sagt. Was ich auch schön finde. Was auch wichtig ist. Unser Weg stimmt. Sagt er. Am Mittwoch war erneut Moral zu erkennen. Und auch die Bereitschaft, Widerständnis anzunehmen. Das werden wir morgen wieder brauchen. Ich sehe bei uns einen inneren Glauben, dass wir das gemeinsam bewältigen können. Das klingt schon alles sehr, sehr schön. Das Einzige, was wirklich nicht gut passt für dieses Spiel, ist die Statistik. Ist lange her, dass wir bei der Hertha mit Zuschauern gewonnen haben. Weil wir haben ja 2020 was, glaube ich, gewonnen. Aber da war ja noch ein bisschen. Das heißt ein bisschen. Da war noch richtig Corona. Aber 2-0 gewonnen. Davor ja auch. Letzte Saison war ich ja auch jetzt dabei. Deswegen da noch ein bisschen traumatisiert. Dieses 2-0, der absolute Tiefpunkt. War auch der gleiche Spieltag. Auch der 31. Tatsächlich. Ja. Und da ist halt, ja. Davor 3-1, 2-0 Hertha. 2-1 Hertha. 3-2 Hertha. Also die Bilanz spricht da eher für die Hertha zu Hause. Aktuell. Schiri zumindest. Etwas, wo wir, glaube ich, diesmal nicht so groß Angst haben müssen. Hoffe ich mal. Aitekin als Schiri angesetzt. Bin ich erstmal recht positiv. Du kannst bei jedem Schiri was raussuchen. Und das Spiel raussuchen, wo es mal nicht so geliebt. Aber Aitekin habe ich mal anders als andere Schiri. Ich habe es nicht direkt ein bisschen negativ verortet. Sondern eher positiv. Ja. Und da muss man zur Prognose sagen. Zum Spiel. Es wäre halt eine komplette Weichenstellung. Das wäre ein kompletter. Ja. Das wäre wahrscheinlich auch der Todesschlag für Hertha. Weil wir haben aktuell, wie gesagt, 6 Punkte Abstand. 7 mit Torfeld. Das heißt, wenn wir dort gewinnen. Wären es, auch hier über der Torfeld ist eingerechnet, 10 Punkte Abstand. Und das sind noch 3 Spiele. Das heißt, die Hertha könnte uns zumindest nicht mehr überholen. Je nachdem, was der Rest natürlich macht. Es ist vielleicht noch 16 möglich. Aber wenn die gegen uns nicht gewinnen, ist die Hertha vermutlich quasi weg. Es wird ein geiler Außersupport. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf, mir das reinzuziehen, wie gesagt. Und so doof es klingt, aber ich habe wirklich auch gerade keine Angst vor dem Gegenwarts-VfB. Wir kommen auch aus dem Pokalspiel, wo gute Stimmung war. Wo es keine Klatsche gab, wie zum Beispiel für Freiburg. Wo gutes Gefühl da ist. Die Moral stimmt gerade, selbst wenn es wäre natürlich maximal scheiße, hinten zu liegen bei der Hertha. Dann könntest du dich hinten reinstellen, Dardai-Fußball spielen, Fußball, ich sage mal Anti-Fußball spielen oder Fußball vernichten spielen. Aber selbst dann, letztens war es oft so Rückstand gut, dann war es das jetzt halt. Aber jetzt ist halt wirklich Moral da, Rückstand aufgeholt gegen auch Teams, die in einer anderen Klasse spielen wie Hertha. Mit Frankfurt, mit Dortmund, auch das Spiel in Bochum. Dieser Auswärtssieg da in einer noch krasseren und noch krachenderen Situation für uns. Der 3-2-Sieg dort, auch da bestanden, macht mir auch Hoffnung. Wie gesagt, der Gegenwarts-VfB macht mir wirklich wenig Sorgen. Bin auch noch recht ruhig zum Spiel, wird sich wahrscheinlich morgen rot um am 5 Uhr wieder ändern. Ich bin recht entspannt für das Spiel, habe echt ein gutes Gefühl. Weil an und für sich gerade ist es ja dermaßen drin, die Hertha zu schlagen. Dermaßen drin, die Hertha zu schlagen, wäre eine Riesenchance, wäre brutal wichtig. Zur Not kannst du auch noch einen Punkt mitnehmen, da hilft uns viel, viel mehr als der Hertha, ist auch ganz klar. Aber ein Sieg ist da 100% drin. Die einzige Angst ist halt, wie du auch mit dem Spiel verletzt hast, dieser Tiefpunkt, ist halt der Vergangenheits-VfB. Du hast immer wieder so Spiele drin, die vielleicht auch aus dem absoluten Nichts kommen, wo die manchmal doch einmal gehemmt spielt oder halt irgendwie der Spielverlauf nicht passt oder wieder absolute Chancenwuche hast, wie auch immer. Wie gesagt, Gegenwarts-VfB, da mache ich mir wirklich keine Sorgen für das Spiel morgen. Außer halt, der Vergangenheits-VfB mischt sich irgendwie morgen mit ein, worauf ich nicht hoffe. Und ich hoffe, dass wir einfach unsere Tiefpunkte schon hatten, mit Bremen zu Hause, mit Wolfsburg zu Hause, mit Schalke aus jetzt zum Beispiel. Die Situation ist eine ganz, ganz andere. Also ich gehe auf jeden Fall durchaus positiv rein und tippe da trotzdem aber knapp, weil die Hertha wird alles reinschmeißen, ist ja auch ganz klar. Tippe da trotzdem aber dann knapp auf ein 1 zu 2 für uns in Berlin, was natürlich extrem wichtig wäre und auch, wie gesagt, komplett weichen stellen würde im Abstiegskampf, dann auch nur noch drei Spiele zu gehen nach dem Spiel. Und dann kommen wir zu dem Tipp-Part, zu den Tipps zum Spieltag. Bisschen statistisch und bilanzmäßig und sowas auf die Abstiegskampfkandidaten geschaut. Danach natürlich den gesamten Spieltag auch nochmal getippt. Und ja, Freitagabend natürlich auch jetzt ein bisschen unpraktisch, das ist schon in der Halbzeit, aber deswegen mache ich es einfach ganz schnell. Also bei Mainz, Schalke, klar ist da eher Mainz im Vorteil gerade, aber da geht es noch so ein bisschen um europäische Plätze sogar auch. Schalke hat trotzdem auch wieder brachialer Auswärts-Support dabei. Mainz, ja, Schalke auch recht ausgeglichen zu Hause oder auswärts in Mainz, hat auch schon ein paar Siege gefeiert in der Vergangenheit. Natürlich war in der Vergangenheit Schalke auch mal deutlich höher und besser individueller als dann Mainz. Und wie gesagt, das Spiel läuft gerade schon und deswegen, ich hatte auf ein 2 zu 1 für Mainz getippt und auch gehofft. Wie gesagt, auch hier wieder nicht, weil ich was gegen Schalke habe, die dürfen gar nicht drinbleiben, aber für uns im Abstiegskampf wäre es natürlich besser, wenn der Konkurrent nicht punktet. Mal weiter mit Hoffenheim gegen Frankfurt. Da eben auch wieder komplette Invasion. Schreiben sie wieder von 15.000 Frankfurt-Fans in Hoffenheim. Sehr, sehr geil. Die SGE auch tatsächlich, sehe ich hier in der Bilanz, zuletzt auch öfter mal erfolgreich gewesen in Hoffenheim. Letzte Saison verloren mit 3-2, davor bei 1-3, 1-2, 1-2, 1-1. Also gar nicht mal verkehrt da in Hoffenheim. Frankfurt eben die große, große Frage. Nehmen sie das mit. Aus dem Pokal, haben auch wieder Verletzungsprobleme. Nehmen sie das mit aus dem Pokal oder zeigen sie ihr komisches Liga-Gesicht wieder. Hoffenheim gerade auch wieder definitiv voll mit in der Verlosung für Abstiegskampf oder für Abstiegsplätze auch tatsächlich. Da lief es jetzt ja auch mal besser. Aber da ist schon durchaus Gefahr da und da hoffe ich auch irgendwo, weil das wäre der liebste Verein von allen da unten, dass er absteigen würde mit Hoffenheim, ist ja auch ganz klar, dass die vielleicht auch sich so ein bisschen zu sehr sicher fühlen, so ein bisschen zu sehr sicher fühlen mit ihren 29 Punkten. Da auch nur einer weniger als wir aktuell. Deswegen, ja, statistisch schwierig zu sagen. Also da ist ein Unschieden drin. Hoffenheim-Sieg auch, Frankfurt-Sieg auch. Das ist echt schwierig, das Spiel zu bewerten. Gladbach-Bochum ist wieder so ein Spiel, wo du normalerweise sagst, ey, das muss doch Gladbach irgendwie gewuppt bekommen. Aber Bruder, Gladbach ist halt wirklich, wirklich, haben ja auch gemerkt, dass sie bei uns auswärts da waren, die haben ja gar keinen Bock mehr. Die wollen ja gar nicht mehr. Ja, ich glaube, hat auch irgendwer gesagt, was da, weiß ich gar nicht, wer hat es gesagt, aber irgendwer, aber irgendwer hat es auch gehört, in irgendeinem Podcast oder sowas, dass sich jeder glücklich fühlen kann als Klub, für den es noch um was geht, wenn er jetzt gerade Gladbach auf dem Spielzettel stehen hat. So gemein jetzt klingt, aber es ist ja gerade so. Auch hier kann es Bilanz oder die letzten Spiele auch nicht groß mit reinnehmen. Weil die haben letzte Saison gewonnen zu Hause Gladbach gegen Bochum, aber davor war es das letzte Spiel, Relegation 2011. Bochum ja lange abstinent gewesen aus der ersten Liga. Ja, Bochum natürlich auch auswärts deutlich, deutlich schwächer als zu Hause. Deswegen grundsätzlich macht man sich ja schon Hoffnung, dass da Gladbach was auch gewinnen kann, aber Bauchgefühl sagt da echt, dass da Bochum nicht verliert. Also ich sehe da keinen Auswärtssieg, das wäre ja noch schlimmer für uns da unten. Aber Unentschieden würde, glaube ich, keinen wundern, gerade in der Konstellation da unten. Dann haben wir Augsburg gegen Union Berlin. Berlin, Augsburg natürlich auch, wenn sie was sind, dann vor allem zu Hause eklig. Tatsächlich auch die letzten Heimspiele, die haben wir noch nie verloren. Krass, hatte ich so gar nicht im Kopf. Die haben noch nie verloren. Die haben natürlich auch schon ein paar Zweitligaspiele dabei. Noch nicht so oft gespielt gegen Union Berlin zu Hause. Aber Augsburg noch nie verloren zu Hause gegen Union. Noch nie verloren. Normalerweise schreit das Spiel mich echt komplett an, dass das ein 0 zu 1 dreckiges Union-Sieg ist. Außer er sitzt letztes Jahr mit 2-0 gewonnen zu Hause gegen Union Berlin. Also so gesehen doch tatsächlich ein Spiel, das Augsburg gar nicht unbedingt verdienen muss. Und was dann vielleicht doch auch statistisch gesehen auf den Unentschieden rauslaufen könnte. Und dann haben wir wieder einen Doppelschlag mit Hertha BSC gegen VfB Stuttgart. Ja, viel gesagt dazu. Da auch wieder sehr gerne abchecken den Pod Cannstatt, wo ich meinen Einspieler drin habe mit ein paar Statistiken zum Hertha-Spiel. Und da, ja, die letzten Spiele liefen nicht so geil. Habe ja gerade schon vorgelesen. Dieser eine Sieg haben wir 2020. Danach ist es ewig her, dass wir da gewonnen haben. 2013. Das letzte Mal. Von dem her echt, echt schwierig. Gar nicht mal so einfach, statistisch sich da was zu wünschen, was die Bilanz angeht. Natürlich bei uns gerade voll und ganz eben die Hoffnung auf die aktuelle Form. Und deswegen gerade echt sehr, sehr kaputt ist, muss man ja sagen. Sehr, sehr kaputt gerade alles. Und dann gebe ich mal meine Tipps hier ein in den Tabellenrechner. Auch die vom Freitagabendspiel tippe ich trotzdem noch so mit rein, wie ich sie auch davor getippt habe. Leberkurs gegen Köln habe ich auf ein 2 zu 1 getippt. Mainz gegen Schalke ebenfalls 2 zu 1. Freiburg gegen Leipzig auch ebenfalls 2 zu 1. Es gibt viele 2 zu 1 in den Spielen. Da kann ich schon mal sagen. Hoffenheim, Frankfurt habe ich auf ein 1 zu 1 getippt. Und dasselbe auch bei Gladbach gegen Bochum. Ich bleibe trotzdem bei meinem 1 zu 0 Sieg für Union. Weil das ist ja hier wirklich so, wie ich aus dem Bauch raus tippe und nicht komplett auf die Statistik und so weiter beruhend. Dann der 2 zu 1 Sieg für uns in Berlin. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Bayern gewinnen 2 zu 1 knapp in Bremen. Auch wenn da was möglich ist für Bremen. Klar, Füllguck fällt aus. Aber in der Heimstimmung, die Bayern gerade auch alles andere als solide. Da ist vielleicht sogar ein Punkt drin für die Bremer. Wäre auch für den Meisterschaftsreiter sehr interessant. Und Dortmund gewinnt mit 3 zu 1 gegen Wolfsburg. Würde bedeuten, nach dem Spieltag stünde die Hertha auf 18 mit 22 Punkten. Schalke auf 17 mit 27, Bochum auf 16 mit 29 Punkten, Hoffenheim auf 15 mit 30, Augsburg auf 14 mit 31, wir auf 13 auch mit 31 Punkten. Natürlich ein sehr, sehr positiver Spieltagsausgang so für uns. Der ja auch wichtig wäre für uns, weil nächste Woche drauf haben wir es ja in, ähm, in, nicht in, zu Hause gegen Leverkusen. Gegen die wir auch, wenn ich dann nächste Woche die Statistik raushol, gefühlt nie irgendwie was holen. Und großartig, letzter Heimsieg wahrscheinlich auch lange her. Aus der Sieg auch lange her. Mir fällt jetzt eine Ding da unter Korkut ein, das freche 0 zu 1. Aber Leverkusen ist irgendwie ein ekliger Gegner für uns immer. In Mainz, es kommt auf Mainz natürlich auch an, aber es ist auch nicht unbedingt ein Sieg direkt eingeplant. Aber punkten kannst du auch. Und dann hat natürlich zu Hause Hoffenheim noch viel wichtiger. Aber das Spiel jetzt, Hertha und dann Hoffenheim werden die beiden Spiele, wo du 6 Punkte mitnehmen musst eigentlich im besten Fall. Und dann sollten selbst die 6 Punkte im Normalfall auch reichen, um drin zu bleiben. Aber das geht jetzt schon wieder zu weit über die Tipps auch hinaus. Wir sind durch mit dem 3er-Pack hier. Natürlich gerne eure Meinung zu allen hier lassen, was ihr so zu bereden habt, bereden wollt. Ja, dann hoffen wir mal, dass es später gut läuft. Wie gesagt, morgen Stream gegen die Hertha. Beifall für's Zuschauen, viel mehr natürlich hier wieder für's Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.